Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ein tolles Publikum, voll besetztes Haus und ich kann Ihnen sagen, es gibt einfach leckeres Essen hier natürlich heute und Sie werden mit Sicherheit viel Spaß haben, wenn wir gemeinsam kochen. Was wird es heute geben und zwar es gibt an mir Stubenküchen gebacken in einer Banade aus Brösel und Kürbiskern, dazu gibt es einen Salat aus Kartoffel und Kürbis, vielleicht was Neues mit Kürbiskernöl und dann wird es geben, weil unser Gast kommt heute aus Österreich und der hat extrem viel Ahnung von österreichischer Küche, wir machen einen schönen Sauerramschmarrn, dazu Kranberry-Ragout und ein schönes Maronen zu Deutsch, Kastanieneis. Also liebe Zuschauer, zwei Gerichte heute am Nachmittag an meiner Seite, aber Sie wissen ja, dass diese Kochsendung, wenn ich Sie Kochsendung nennen darf, noch aus einem weiteren Koch besteht, der auch versucht zwei Gerichte zu machen. Mal schauen, ob er auch da ist. Na selbstverständlich bin ich da, herzlich willkommen und Sie werden es nicht glauben, heute wird auf meiner Seite ein echter Berliner stehen und ein Berliner, jetzt mal ohne Scheiß, der macht doch ein Österreicher dreimal weg. Und der wird machen wunderbare, selbstgemachte Brotkorbchen, gefüllt mit einem Nudelsalatchen, mit Krabben dazu. Ich werde machen wunderbare Lachsstegs in einem traumhaften Sößin mit einer gefüllten Paprikammer, ganz anders. So, und Thema ganz anders. Mal gucken, ob ich es Johann heute hier treffe. Hallo Schmuckstück. Alles klar? Alles super, Johann. Bei dir auch? Läuft? Ich finde es gut, ich muss sagen, ich habe ein neues Telefon zum Beispiel. Ja, sehr schön. Ich habe ja noch alte noch. Ja, siehst du mal. Ich mag schon, auf deiner Seite wirklich modernisieren. Ich habe gesehen, du hast im Hotelzimmer jetzt auf deiner Seite auch ein neues Nachtkonsultchen mit einer begehbaren Minibar. Ja, du bist ja mal nach Hause auf die Kacke, du ehrlich. Aber du, komm, ich habe heute einen Gast, Johann. Ja, ich auch. Ja, ist ja klar, aber ich habe einen Gast. Ich auch. Jetzt jetzt mal ohne Quatsch. Schauspieler. Ja. Kabarettist. Ja. Verleiht seine Stimme, weil sie so gut klingt, auch an andere Schauspieler. Er ist ein sensationeller Fan von Star Trek. Und der kocht mit mir heute sowas von fein. Und er ist vom Charakter genau das Gegenteil von dem, womit er berühmt geworden ist. Und jetzt kommst du. Mein Gast, da muss ich nur zwei Sätze sagen. Sieht super gut aus und kann toll singen. Hier ist Iron Sheer und Wolfgang Barrow. Ich muss erst mal dabei sein. Wolfgang Barrow. Eigentlich kennen sie dich ja alle unter anderem Namen. Ich habe eben was gesehen, was ich sensationell finde. Genau. Hebt mal hoch. Hat mir meine Frau geschenkt. Ja. Um die Diskussionen aus dem Wege zu gehen. Genau. Wie viele Jahre spielst du die Rolle jetzt schon in GZSZ? 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre. Seit 1992. Das heißt, du hast mit 10 Jahren in der Sendung angefangen. Ich danke dir. Ich danke dir. Oh, bitte. Und dann spielst du da so eine Rolle, wo man sagt, Mensch, kannst du ja austoben, Aggressionen rauslassen? Ja, in gewisser Weise schon. Da kannst du mal so richtig deinem Affen Zucker geben. Das ist ja auch ein Typ, der, wenn der Probleme mit jemandem hat, dann kauft er den Laden und entlässt den einfach, weil er das Geld hat, weil er die Macht hat, weil er eben ein großer Anwalt ist. Ja, da habe ich auch immer Angst hier in der Sendung vor, weißt du. Ja, dass Johann mal den Laden kauft, weil der hat ja die Macht. Dann schmeißt er mich raus. Wenn ich Glück habe, bin ich nachher aus Spül, Junge. Du kriegst doch nie wieder so einen guten Koffen. Das kann man einfach lösen, das Problem. Du musst nur gut kochen, sonst gar nichts. Also das kann er doch. Also das kann er doch. Also da ist es mir angezeigt. Ich fliege so raus. So. Übrigens, ich muss noch etwas richtigstellen. Iron Cheer kommt nicht aus Österreich. Sie lebt aber da, richtig? Ja, so ist sie. So ist sie genau. Jetzt eine Wahl-Tirolin. So, bitte umrühren. Wir schmelzen jetzt gerade Zucker zu Karamell mit Vanilleschote ausgekarzt. Mh. Das ist ein leckeres Kastanieneis. Das sind Kastanien hier oder Maronen. Die sind vorgegart. Die kommen jetzt da rein. So. Super. Werden mitgeröstet. Oh, das sieht aber ganz toll. Und dann kommt drauf schön, äh, kommt drauf etwas Sahne und Milch. Okay. Die kochen jetzt so eine richtig schöne Grundmarinade. Na ja, die kommt in die Eiferscheen. Okay. Da kommen keine Eier rein, gar nichts. Nur Karamell. Nein, Karamell. Und siehst du, ganz wenig, Horst. Und das ist richtig. Oh, da ist er schon. Das Karamell ist jetzt, ich habe wirklich... Oh, das ist ein Kaloriebomber. Also... Danach kann man nichts mehr essen. Da sieht man mal wieder. Mit Horst die kochen heißt kochen lernen. Mit Sahne. Mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Ah, ist das von dir das Lied? Nein, leider nicht. Ach so, schade. Schade, schade, schade. Aber ich esse es gerne. So. Vielleicht kann man den Zuschauern jetzt zeigen, wie man so ein kleines Hühnchen zerlegt. Kannst du das? Kannst du das? Nein. Kannst du nicht? Nein, das kannst du. Willst du mal machen? Soll ich das machen? Mach du mal. Also ich möchte jetzt... Du möchtest mich blamieren. Okay. Komm her zu mir. Ich mach eins. Synchron schneiden jetzt. Synchron schneiden. Nimm dein kleines Messer da. Okay. Schau her. Erstmal muss man hier die Keule abschneiden. Hier rein. So. Ja, aber das ist die Keule hier übrigens. Hier. Die Beinchen. Die Beinchen. So, aber so hoch drehen, andersrum drehen. So. Okay. Jetzt hier so hinten schneiden. Ja. Und dann hier losdrücken. Und hier rausschneiden. Ja. So ungefähr? Ohne Gewalt. Okay. Johann. Du sollst nicht... Johann. Ja. Du hast vergessen, das Hühnchen zu rasieren. Da sind doch alle Haare dran. Aber wirklich. Armes Hühnchen. So. Ja. Auf der zweiten Seite genauso. Ja. Das ist übrigens noch die ganze Vanilleschote auf dem Huhn jetzt. Ja. Okay. Johann. Du musst das bei dem Hühnchen so machen wie du heute Morgen in der Wanne. Schön mit dem Rasierer an der Beine lang gehen. Aber guck mal. Immerhin habe ich geschafft. So. Jetzt schneidest du hier die Brust links und rechts unter. Du hast reist neben Strumpfhosen kaputt. Ach so. Ja. Das kenn ich auch. Ja. Er trägt ja Strumpfhose unter der Jeans. Na ja. Ist ja auch die Jahreszeit dazu. Oh. Oh. Das ist noch nichts. Oh. Da kommt was rüber. Ah. Einmal dreht man sich um und ist alles schon verbrannt. Nichts passiert. Nein. Nichts passiert. Moment. Johann mit Sahne muss man umgehen können. Boah bitte. Ne. Ja. Kann nicht jeder. So. Bevor sich jetzt jemand zu Hause fragt, was der Wolfgang hier macht, ob er Butterbrote schmiert. Und zwar aufs Toastbrot Rinder ab. Schön mit Butter beschmieren. In diese Backförmchen rein. Ja. So. Und dann gehen die in den Backofen rein. Und dann werden das wie so kleine Krönchen. Weißt du? So Korbchen. Aber sag mal, schmilzt denn die Butter da nicht denn irgendwie da drin? Doch. Du bist sehr klug. Im Ofen schmilzt die Butter. Dadurch schmucht das Brot dann knusprig. Ach so. Ja, ja. Ah. Mit Butter und Sahne muss man umgehen können. Ja. Na. Du möchtest immer recht sein. So. Ich habe übrigens deine Nudeln schon mal ins Wasser getan. Für den Nudelsahler. Eine? Deine Nudeln. Ach meine. Ich habe ja gerade eine. Und in der Pfanne hier wirst du gleich die... Die Zwiebeln anbraten. Sag mal, wie scheiße sieht das denn aus? Was ist das denn? Sag mal, warum sagt denn hier keiner was? Was sagt die denn? Hast du das nicht gesehen oder was? Was denn? Mit den Ohren? Welche Ohren? Da schläfst du einmal in der Maske ein. Mit diesen Ohren wirst du endlich mal gescheit aussehen. Stehen die so? Na gut. Also wirklich schön. Und da klatschen die auch noch. Dankeschön. Wie geil. Das sind die Spockohren. Das ist vulkanisch. Du bist jetzt ein Vulkanier. Genau. Lebe lang und in Frieden. Du hast auch so Ohren, aber von Geburt an. Kommst du auch von da? Ne, auf meinem Planeten haben wir das hier. Nicht so spitz. Nicht so spitz. Aber du bist ein echter Fan von Star Trek. Genau. Das heißt also ein richtiger Fan. Du siehst alle Sendungen. Du sammelst alles davon. Ist das richtig? Ja. Ich habe Raumschiffe. Ich habe die Figuren. Und ich habe auch schon mal das Glück gehabt. Mr. Spock. Also leider Nemo. Da bist du. Das bin ich ja. In der Uniform von Captain Kirk. Das war im Filmpark Babelsberg. Im Filmpark Babelsberg. Da war eine Ausstellung. Eine Star Trek Ausstellung. Und da durfte ich mir als erster die ganzen Exponate anschauen. War richtig spannend. So, jetzt muss ich aber gerade mal hier ganz kurz gucken, was ich mache. Ich habe nämlich hier Reisnünchen aufgesetzt. Habe jetzt ein bisschen Knoblauch, Zwiebeln und Lauchzwiebelchen angedünstet. Ja. Die werde ich jetzt wieder rausholen. Dann kommen die mit Hüttenkäse zusammen. Paprikaschoten halbiert. Das wird nachher damit gefüllt. Kommt Parmesan drüber. Ab in den Backofen zum Überbacken. Dann werde ich den Lachs anbraten und ein lecker Süßi machen. So und ich zeige jetzt mal den Zuschauern, wie man das machen kann mit der Keule. Damit die Keule schön zum Panieren geht. Das machen die meisten Leute immer falsch beim Backhändel. Wichtig ist immer die Haut abziehen, weil die Haut natürlich unter der Barade nicht kross wird. Dann muss man hier vorne diesen Knochen rauslösen. Diesen da. Einfach rausschieben. Geht ja auch relativ leicht, wie ich sehe. Deswegen wird es so häufig gemacht. Geht ja gut von der Hand, ne? Ich bin froh, dass Johann das macht. Jetzt machst du Folgendes. Ich zeige dir Trick 17. Trick 17. Klopfen wir das da. Sollen wir auch auf 8 machen? Ja, mach ruhig mal höher. Klopfst du das? Und jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt stülpt man das hier um und drehen das hier um die Keule. Siehst du? Jetzt habe ich hier so eine schöne, total ästhetische Keule, die jetzt gebacken wird und dann wird sie in Fett ausgebacken. Ja. 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 Wenn ich mal sterbe, möchte ich von dir plastiniert werden. Ja. 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 Nicht wirklich. Ich stehe mir gar nicht vor. Was? Wie du mich panierst oder was? Ich stehe mir gar nicht vor, wie ich deine Metallhüfte platt klopfe. Das sollst du noch nicht verraten, Johan. Kann ich mir einen Kochlöffel nehmen? Ich mach das immer mit Holzkochlöffeln. Was denn? Zuhause kochen. Wir haben schon lange einen Herd dafür. Zum Rumrühren. Ach so, zum Rumrühren. Ich sag auch, dass euer Wasser überkocht bei den Kartoffeln. Das sind keine Kartoffeln, das sind Nudeln. Passt du besser auf deine Sahne auf. Die sind aber unglaublich. Aber ich gucke, wie lange sind die jetzt schon drin? Ist das genug? Acht Minuten, oder? Nee, viel schaumig geschlagen. Ja, du kannst mal nachgucken, wie sie sich verhalten. Wie sie sich verhalten. Aber ich glaube, die liegen so ziemlich bewegungsunruhig da. Hast du gesehen, dass der Wolfgang eine halbe Brille von mir auf dem Bauch hängen hat? Guck mal. Wofür ist denn das Monocle? Brauchst du die wirklich, oder ist das Mode? Alter preußischer Adel. Nee, aber das ist meine Lesebrille. Auf einem Auge kann ich gut lesen, auf dem anderen weniger. Da kann ich weit gucken und das gleiche ich aus. Das ist einfach mal ganz verfreut, wenn man nicht alles sieht. Das ist ein Drecksack. Unglaublich. Na ja, da macht ja nichts draus. Das ist gut so. Jetzt kannst du mischen. Dafür hast du die schöneren Ohren im Augenblick. Sag mal, du bist doch immer der Böse in der Sendung. Hast du nicht so ein paar böse Sprüche für mich, die ich mal sagen kann? Einen meinen Johann? Das wird sie noch teuer zu stehen kommen. Oder wir sehen uns vor Gericht. Das wird sie noch teuer zu stehen kommen. Wir sehen uns vor Gericht. Aber ich glaube, mit diesen Ohren nimmt mich heute sowieso keiner ernst. Ich nehme die mal ab und versuche es mal anders. Obwohl, die sehen aus wie morscheln. So, jetzt haben wir noch Kleber auf dem Ohr hängen. Ich glaube, jetzt können die. Ja, warte mal. Oh. Hint das Mehl unter, bitte. Achso, okay. Also keine Maschinen. Guck mal. Ich bin's. Wunderschön. Hab ich nicht zierliche kleine Öl? Ja. So. Aber jetzt guck mal ganz kurz, da wir wieder ernst genommen werden möchten. Hier habe ich diese wunderbare Paprikaschoten gefüllt. Mit Hüttenkäse, mit Zwiebelchen, mit Knoblauch und frischgeister Petersilie. Jetzt kommt da oben drüber schöner Parmesan. Ja, Parmesan. Guck mal hier. Dann geht das ab in den Backofen. Ich muss sagen, du kochst heute sehr kalopienarm. Ja, Johann. Man nehme Käse und wir backe den mit Käse. Ist doch lecker. Wieso? Der eine wird knusprig und der andere weich. Was suchst du denn, Mädels? Dafür arbeitest du ja Gott sei Dank mit wenig Sahne heute, mein Freund. Heinrich, was suchst du? Schneebesen. Dann ist da keine unten drin? So. Deine Brotkorpschen werden auch. Aber da Horst hatte die Schublade hier. Schneebesen. Schneebesen. Schnee, 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 Schnee. Schnee, 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 Schnee. Schalt und tanzen wir. Leit dir. Il Schnee, 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 Schnee. Schnee, 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 Tänzen, Tanzen wir. ich hätte gerne weitergemacht aber da bekomme ich zuhause ärger mit meiner frau die glaubt ich kann nicht tanzen und ganz locker langsam dann mach ich das hier rein jetzt ja genau für einen schönen salat ja das wird ein nudelsalat wie man den richtig gerne mag von gern von zuhause von gerne und gerne wie man den gerne hat die nüllen schön fest gegart die erbsen ich habe also hier tiefgekühlte weil die sind sehr lecker sind ja frische tiefgekühlte genau so zwiebelchen schön angehen lassen ein bisschen olivenöl anschwitzen dann die erbsen dazu unterheben haben wir eine würfelchen darunter nicht angegart und dann schön hier vorne mit kein frech mit ein bisschen pavrikapulver und mit essig eine schöne soße ja ja schon drauf ich hab den lachsen schön angebraten meine nüllen richtig gut da rein jetzt ja und dann die wasser rein tun und dann über die wasser aufschieben ja alles schon drin glaube ich auf jeden fall sind der klumpen drin jetzt wie klumpen ach nie nimmer kann ja kein klumpen macht mal ich probiere es kein klumpen oder noch die zutronen noch zitronen nein nein kein klumpen also muss ein sagen der schmeckt die massen schon mal hervorragend ich bin wirklich begeistert guck mal hier der wolfgang johann ohne ich was sage schält er die paprika der hat ahnung vom kochen also wenn du möchtest darfst du jetzt häufiger kommen gut weil wir haben das schon erklärt haben warum man die paprika schälen sollte genau weißt du es ja weil da keine nährstoffe sind das einfach die die falsch das spulen wir jetzt noch mal zurück gut genau weil diese hülle die ist die die genau die ist nicht verdaulich ist nicht verdaulich ja dann wollte ich sagen so bei mir ist auch der lachs schön angebraten der kommt erst mal raus ich mache jetzt einen kürbis kartoffelsalat meine damen und herren kürbis kartoffelsalat wir schneiden hocaido kürbis in dünne scheiben und tun wir die erst mal kurz anbraten in etwas also ich weiß nicht wer es gemerkt hat aber kaum sagte herr lafer er macht unser lädchen riesen applaus pass auf jetzt probiere ich das auch mal wolfgang hat einen nudelsalat gemacht meine damen und er hat einen nudelsalat ja ja ich mach die mal sehr gut und er setzt noch einen oben drauf er schneidet jetzt paprika und das ist übrigens liebe zuschau eine kartoffel das war ganz schwach guck mal er schneidet bei der paprika die schale ab und er lässt beim kürbis die schale dran warum weil man die schale mit essen kann man könnte die schale bei der paprika mit essen man tut es aber nicht man könnte auch beim hühnerei die schale mit essen man tut es aber nicht schmeckt die denn aber eierschale soll gut für die zähne sein ja stimmt hat johann ausprobiert der neusten gegner gesicht einer der ganz der weltbesten boxer den kennt ihr alle weißt was er ist zum frühstück das bin ich das fand ich außergewöhnlich spannend rührei aus acht eiweiß aus Also kein Eigelb, nur aus Eiweiß. Kennt ihr das? Na gut, er liest auch Bücher mit weißen Blättern oder was? Was macht der denn mit dem Eigelb, Johann? Das ist Eiweißernährung, also viel Eiweiß einfach. Ja, ja, müssen die auch. Sportler brauchen das. So, jetzt mach ich die Clues. Das ist aber falsch. Weil das ist ja wieder ganz interessant. Weil eigentlich ist ja wesentlich mehr Eiweiß im Eigelb. Weil das Eiweiß ist ja nicht Eiweiß, sondern Eiklar. Habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber so ist es. Das Ei-Klar beim Ei heißt nicht Eiweiß, sondern es ist Ei-Klar. Eiweiß ist ein Inhaltsstoff. Und der ist nicht im Eiweiß, sondern im Eigelb. Ja, man muss ja wissen schon. Meine Damen und Herren, wir halten fest. 3. November 2012. Horst Lichter. Ich. Du. Hat zum ersten Mal aus seinem Klugscheißerbuch zitiert. Und was? Ich hab eine Bitte. Ja. Ich soll mich beeilen. Ich weiß, du machst ganz viele andere Dinge auch. Du spielst Theater. Du machst Kabarett. Ja. Aber ich hab jetzt eine Bitte an dich als einer der berühmtesten GZSZ-Darstellern überhaupt. Könntest du da mal nachfragen, ob die einen Job für mich haben, wo ich mal so einen richtig fiesen spielen kann? Ich muss was lernen für die Sendung. Weißt du, vielleicht so ein Restaurant-Tester, der die Köche niedermetzelt oder so weiter? Ja, schade. Ich hatte ja mal ein Restaurant in der Serie. Weißt du, mach ich den Love of Finish nicht. Ja, das kannst du machen. Können wir mal gucken. Ach, du hast ja auch ein Restaurant gehabt. Ja, den Fasan. Ja. Da hat auch Gerhard Schröder gegessen. Nein. Doch. Gerhard Schröder war bei uns in der Sendung. Da war er noch Ministerpräsident. Aber das war noch vor Gas. Das war vor Gas und noch verkommen. Und da hat er dann gesagt, da sollte er aus dem Restaurant raus. Der Kellner hat gesagt, würden Sie bitte das Restaurant jetzt verlassen. Wir machen hier einen Polterabend. Und da sollte Schröder demjenigen, der da den Polterabend macht, der heiratet, gratulieren. Und Schröder las sich das Drehbuch durch und sagte, sagen Sie mal, soll ich das da wirklich sagen, was da steht? Können Ihnen was anderes sagen? Was wollen Sie denn sagen, Herr Ministerpräsident? Na, das werden Sie dann schon sehen. Und als dann die Szene kam und er dann zu dem jungen Kollegen getreten ist, hat er gesagt, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit. Ich weiß, wie schwer das ist. Und dann möchtest du nichts mehr machen. So. So, Hörfgaard. Wolltst du wissen, was und aus dem Brot wird? Guck mal hier. Oh ja, oh, das sieht ja richtig gut aus. Lecker! Hast du gemacht. Na ja, sieht toll aus. Das sieht super aus. Ich guck mal ganz kurz, was hier oben passiert. Sieht auch gut aus. Schöne Schüssel. Wissen Sie, was drin ist? Ich kann das nicht sehen. Sieht auch gut, aber könnte noch ein bisschen knuspriger von oben werden. Knuspriger von oben? Ja. Ja, stimmt. Vielleicht machen wir einfach den Ofen an. Was meinst du? Was für eine Maßnahme. Hast du eigentlich mal auf der Bühne einen Text vergessen? Ja, klar. Ehrlich. Was macht man denn dann? Beten. Ohne Quatsch, was machst du dann? Du stehst da draußen auf der Bühne und dann in einem Theaterstück, wo ja mehrere mitspielen. Wenn du alleine auf der Bühne bist, kannst du ja immer noch so tun, als wenn das so wäre. Aber die anderen warten ja auf ihren Einsatz, denke ich mir, oder? Der Schlimme ist, du merkst es meistens nicht. Du guckst dann deinen Partner an und denkst, na hast du wieder einen Text nicht drauf, ja? Na wann kommt der Enno? Wann kommt der Enno? Und du bist eigentlich derjenige, der den Text vergessen hat. Und der sagt, bitte, 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 bitte. Was? Bitte, bitte, bitte. Ah, ja! Irinn, hast du schon mal einen Text vergessen beim Singen? Gib ich nicht zu. das ist das schlimmste was einem passieren kann ja aber meine gesangslehrerin hat damals gesagt als ich zwölf waren meine texte tatsächlich vergessen habe ja das ist auch der ich habe gerade probiert schmeckt nicht so gut hat sie gesagt du darfst du musst immer weiter singen immer weiter so texten wie gut bei mama ist ja auch gut bei mama kann man das auch umtexten also ich habe jetzt hier für den für den kürbiskartoffelserat die kürbisse angebraten damit sie schön weich werden schlimmer jetzt habe ich den schalotten senf brühe essig brauchst du das jetzt lass es einmal richtig aufkochen einkochen und dann kommen die kartoffeln nachher drunter ja es gibt einen richtig schönen herzhaften salat aber erstmal muss das einkochen soll ich dir das hier einfach rein so jetzt kannst du jetzt kannst du dann als nächstes zu den bröseln die die dazu mischen ja wir mischen bröseln mit kürbiskernen hier das beides zusammen wohin da in diese schale bitte und dann tun wir beide manieren gleich unsere ok ich wollte gerade mal in die sachen die wir brauchen wir brauchen hier dazu ein text von friedrich holländer zu einem chance ja aber das sind ja nur chance wenn man wenn man gut singen kann singt man ein lied wenn man nicht gut singen kann dann singt man ein chansons und das könnte johann auch singen das ist nicht kann dann kocht man das chanson hat zu tun mit kochen schon so mit kochen ja dieser roger noch der roger noch erzähl das kensel stroganov ein großfurt 1 im zarenhof wo sonst war ein eifersüchtiger gatte der in ums gleich bei uns und nur 15 tats von wer ist ein großes gut was für gut na so gut kurz und gut ein gut von 1000 sälen hatte was für sälen las mich erzählen das ist russisch jeder russe der hat sälen was weiß ich und auf dem gut seinem gut dein ums gleich bei uns und 14 was von uns lebt auch seine schöne frau wo sonst und dass sie schön war wusste er und neben ihm auch ustinov und brustinov und kustinov und russkinov und rupinov und ganz besonders schmutzkinov ziemlich viele wussten diese ziemlich gut von dem du ist das gut sensationell aber aber also jetzt mal ohne quatsch das nenne ich mal text lernen das ist nur die erste strophe das ding hat eh endlos wie lange singst du sowas denn wie lange ich da singe so lange wie das dauert also 10 minuten dann das ist ja gleich als wenn man mich fragt wie lange muss das kochen bis es gar ist ja bis durch ist ja ich dachte so eine zeitangabe 10 minuten dauert dieses lied ja 10 minuten und wie kriegst du sowas in deinen kopf rein jetzt mal ohne quatsch also immer wieder immer wieder proben üben 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 wir würzen jetzt das hühnchen schön mit salz und mit pfeffer das heißt die teile natürlich und dann tun wir die banieren mit mehl gemischt mit schlagsahne und dann diese brösel gemischt mit kürbis kerne die warten wurden vorher geröstet und dann gibt es irgendwas passiert hatte ich aber was gemacht nichts passiert es geht mir gut es ist alles in ordnung blutest du nein alles in ordnung alles super was wir müssen jetzt ein bisschen ablenken weil das sind gebührenzahler ja das stimmt nichts passiert gar nicht alles in ordnung wenn 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 ne das war ne das war ne ganz private karaffe die hab ich mitgebracht ja ich verzeihe dir danke dir ja beim panieren muss man zuerst ach so probier mal dann Ei dann die brösel ok jetzt habe ich dich verstanden also zuerst brösel ist falsch ja zuerst kommt Mehl dann kommt Ei ja hast du schon hast du jetzt Mehl da reingemacht nö Johan lass sie doch panieren ok weißt du noch wie die frau schreinemarkers hier paniert hat wie hat sie paniert die hatte nach der finger die kam gar nicht mehr in den bus rein die hat die Finger komplett mit paniert die schreinemarkers hat immer zuerst das Ei dann das Mehl dann die brösel das war auch schön ok hielt trotzdem irgendwie an den Händen aber erst ist das ne nein erst Mehl erst Mehl jetzt kannst du mit dem Ei aber ins Mehl gehen so bist du jetzt auf schreinemarkers vor so lecker du solltest schon überall dann das Ei dran das ist nix so das muss überall dran sein hab ich doch da fehlt es da siehst du eine Freisch noch da jetzt geht sie erst wieder ins Ei du musst ins Mehl schön ja also wir wollen es machen alle Irene oder die Reihenfolge ist ja die Reihenfolge ist ja die Reihenfolge ist Nummerieren ok nochmal in Ruhe Ei gut jetzt hab ich dich verstanden also Mehl ok Mehl man könnte es auch ganz anders machen damit du es besser verstehst Ei eins zwei oder drei du musst dich entscheiden ich hab mich schon drei Schüsseln sind frei mit Ei ein ich glaube das war es oder so oh ich bin wieder Bienenkern am rösten das ist ganz gefährliche Sache die sind lecker ja die Brüschchen auch aus nussige Sachen machen sie was fehlt da noch ok gut das verteilt sich doch auf die Menge dann sag mal mit dem Essig hätte ich nicht das ganze nein kann man vielleicht noch was strecken mit Sahne oder Sahne der hat doch ganz Johann mal probieren das Johann hast du noch ein bisschen Sahne warte mal warte mal warte mal Moment Johann komm her großen Löffel nicht mit der Gabel man probiert eine Soße mit dem großen Löffel Johann mach voll sehr lecker sehr lecker Johann ich so Johann da brauchst du kein Facelifting mehr der zieht sich von alleine glatt das ist sauer ja ja sauer oh sauer oh 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 ja Johann ne was soll das sein da reden wir jetzt nicht drüber das ist das kommt in den Nudelsalat theoretisch das ist so sauer das mit setzt Johanns Zähne von innen so das hebt sich dann mit dem salzigen Geschmack ja jetzt hat Zucker 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 ist jetzt nicht verkehrt was wir müssen ein bisschen das dürft ihr gar nicht sehen Kinder ja ja also wenn viel Säure ist musst du ein bisschen Zucker dabei geben das müllert schon mal ein bisschen ab deswegen tut man zum Beispiel beim Kuchen auch in eine Prise Salz rein weil es dann runder vom Geschmack wird ja ja und bei kräftigen Speisen tust du auch wieder ein bisschen Zucker mit dazu geht denn auch Honig oder nur Honig wäre sogar besser gewesen ist nur teurer da gibt es nur in der feinen Küche nebenan weiß ich arbeite mit Raffinie bei mir gibt es ja auch Brühe und drüben gibt es Fond er macht Carpaccio und ich richtiges Fleisch und ich spiele hier im Sandkasten und ich spiele hier im Sandkasten und ich spiele hier im Sandkasten weißt du was mir gerade einfällt so ganz sieben Teils hat hier ein Handzug, Handzug, Johan darf ich mal jetzt gehts aber mir fiel gerade was ein hier wir haben doch mal vor einer halben Stunde hier was reingelegt aber könnte doch oh das sieht schön aus ja der wirkt ja nicht braun achso nein achso ich hätte den so lange gegart bis der gebraun ist nein dann wäre die Schüssel irgendwann geplatzt aber so ist es wunderbar gegart guck mal da sieht er nicht lecker aus ja dann machen wir nachher noch ein bisschen frischen oben drüber gut so ich mache mal die Temperatur runter ach sag mal deine Brotkörbchen ey die sind doch recht kross jetzt ja die sind hat jemand Zwieback bestellt hui sehr schön schön kross schön kross den Schmarrn aus dem Ofen bitte haa ist hot aua da hinstellen ne ah ooooh ok dann müssen wir mit Zahngapel oder was machen jetzt müssen wir den Schmarrn Schmarrn erstmal mit zwei Pfannenwender hier auf die Platte stellen genau ein bisschen Zitrone über die Krabbe ein bisschen Hüll dazu und dann müssen wir auch andere stücke draus stecken ok hier so kleine stücke ja dann tun wir hier noch schön im Ofen noch schön also hier auf dem Herd mit Butter reinmachen noch in die Pfanne und dann schön nachbraten ja sieht aber ganz toll aus ganz anders aus als das was ich kenne hier Butter rein so jetzt schön braten lassen ja aber in aller Ruhe ja sehr ruhig so eine Zitronenpresse mit Frau Merkels Kopf hast du mhm ist das in irgendeiner Art und Weise eine Anspielung für irgendwas oder überhaupt nicht ne ne einfach so ich glaube die ist aus Griechenland diese Zitronenpresse bitte ich glaube die ist aus Griechenland die Zitronenpresse aus Griechenland ja aha das heißt die ist noch nicht bezahlt ja kann ja sein war jetzt eine ganz blöde Anspielung ne weil der wir wollen nichts sagen dazu ne warst du schon in Griechen gar nicht in Urlaub ich? ja ich habe ihn schon bezahlt aber ich war noch nicht da auch wieder so ein blöder Witz ich wollte gerade sagen ja ja also manchmal habe ich ja wirklich ganz duselige Witze wahrscheinlich bekomme jetzt ganz viel böse Post auch pass nicht umdrehen uups schrei sie nicht so an nein hatte recht ich bin sein Handlanger umdrehen umdrehen machen wir jetzt den Schnittlauch da auf hier guck mal ist ja toll das ist Dill ja ich meine ja den Dill weißt du Schnittlauch sind die langen dünnen Dinger aufpassen ja aber das ist jetzt noch nicht ja 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 hier wird gerade Schnittlauch gemacht bei Johann kannst du mir wecken haben komm hier kannst du mir wecken haben nein wir brauchen ja keinen Schnittlauch aber das ist ja noch nicht so weit ich meinte ja Dill wenn ich Schnittlauch sage meine ich immer Dill ich auch übrigens das ist vollkommen normal ach hier ist ein Handtuch Mensch ich such die ganze Zeit Handtuch was ist das Dill meine Frau liebt Dill deine Frau liebt Dill ja mich liebt sie äh meine meine liebt mich nicht Dill ja ja warum liebt deine Frau Dill weiß ich nicht schmeckt dir mhm 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 doch wir haben ja einen aber der ist doch wir sind die Glücklichen Schönen Butterzucker drauf da wir dürfen immer alles essen dann machst du dazu die Krampeere das Kompott auf die Seite das ist ja lecker geworden siehst du hier das sieht lecker aus so leicht oben drüber machen ich geb dir einen Schöpfer ja also das fisch ich nicht mehr an weil da hab ich mich verbrannt so wenn ich mal ganz kurz zeigen dürfte in der Zeit wo Johann rumgealbert hat habe ich mich hinreißen lassen ein Menü fertig wow so soll ich mich mal öffnen das alles aussehen das Eis raus und die Krönung für dieses Essen okay trägt er in seiner Hand aber wo hat er den anderen Teilen getan ja wie macht das also ich brauche ja dann einen Schüssel ist ein Tiefkühler selbstgebackene Brot Krönchen gefüllt mit einem traumhaft etwas säuerlich angemachten Nudensalat und Krabbe Wolfgang so ach Wolfgang du machst sowas für Gäste du bist ja ein Traum so pass auf dann können wir zwei nimmst du dein Rotwein mit ja komm wir zwei gehen uns schon mal einen Ballern wenn wir fertig sind ich habe mir auch ein Glas Rotwein mitgenommen ne ich habe mir auch ein Glas Rotwein mitgenommen eine gute Idee pass schon ja ah halt 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 haben wir nochmal vergessen bleib steck bleib steck das ist doch nichts für dich hier das ist doch gar nichts pass schon wenn ich schon einen echten Trecki hier habe das ist doch der Käpt'n Körk seinen Witz das ist doch der Käpt'n Körk seinen Witz mit dem Essen könnts etwas ja so so kann man kurz noch mal den Zuschauern nochmal zeigen was wir hier gemacht haben und zwar wir haben so vielleicht mal ganz kurz genau das sieht besser aus zeig mal jetzt den Zuschauern hier Saurang-Schwan mit mhm mhm und hier daneben mhm das liegt auch voll aus gebackene Stubengelöcke mit Kürbiskartoffelsalat mhm super jetzt kommt darüber noch das Wichtigste nämlich das richtige echte, grüne Kürbiskerlöl guck mal aah das ist natürlich das ist spitzig das ist typisch österreichischer perfekt jetzt setzen wir uns da hin so Wolfgang wo bist du denn ja Wolfgang startet gleich durch. Soll ja demnächst bei den Schlümpfen anfangen. Sag mal, war Käpt'n Kirk so klein oder war das Pult niedriger? Die Kamera stand höher. Beim Beamen geschrumpft. Da werden ja die Teile neu zusammengesetzt. Das kann schon mal passieren, dass die Zwischenräume kleiner werden. Dann mach ich bei Johann auch mal. Stell dir mal vor, der hat einen Kopf am Rücken, weiß nicht mehr, wer vorne steht. Aber hast du nicht gesagt, es heißt Energize und nicht Beamen? Ja, im Deutschen heißt es Beamen. Aber der Scotty hat ... Wir sind immer anders. Ist was? Beamen ist eigentlich besser, oder? Ist was? Pass mal auf der Moppa an deinem Essen rum. Können wir den nicht auf irgendeinem Planeten aussetzen? Der ist so lecker, das will er jetzt essen. Ich sehe das Gesicht schon. Pass auf, bevor er jetzt dramatisch ... Nein, nein, nein. Ein traumhafter Gast. Darf ich auch ein Glas haben? Wir hätten ihm ja auch klingonisches Gach versetzen können. Der Johann ist ein Gach. Langsam jetzt, langsam. Ich muss bei den Zuschauern jetzt etwas loswerden. Liebe Zuschauer zu Hause, wir bekommen ja hunderte von Zuschriften. Warum probieren Sie nicht das Essen? Jetzt sieht man, warum ... Wenn Sie das sehen, wissen Sie, warum ich das nicht ... Ja, weil ich habe ja nur Nachttisch. Oh ... Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf nächste Woche Samstag. Das ist ein Schlafer ist weg. Lichter macht lecker. Dankeschön. Applaus Massenklasse. Ja, das ist ein Schlafer. Danke, mal ein Gerhard. Vielen Dank.